Panzer 4 Unter den Geschichtsinteressenten kursiert eine Meinung, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg statt des Panzerkampfwagen 5 Panther lieber den Panzerkampfwagen 4 hätten bauen müssen. Doch die höchsten Ausstoßzahlen der Panzer 4 erreichten die Fabriken ausgerechnet zu der Zeit, als bereits der Panther gebaut wurde. Es war nicht geplant, 1943 die Produktionsmengen des Vierer zu reduzieren. Die Ausführungen H und J wurden die zahlreichsten deutschen Panzer in der späten Phase des Zweiten Weltkrieges. Nach Stuk 40 Ausführung G war die Panzerkampfwagen Ausführung J die zahlreichste Panzerversion. Während die Entwicklung des Panzerkampfwagen 3 sich immer weiter in eine Sackgasse bewegte, musste das Konzept des Panzer 4 vom Unterstützungspanzer weg mehr zum Hauptpanzer geändert werden. Es stellte sich raus, dass die 5 cm Kanone des 3er sogar in der Langrohr Variante zu schwach für die neueren sowjetischen Panzer war. Dem Panzer 4 hat man deswegen die lange 7,5 cm Kanone verpasst, die 7,5 cm KWK 40 L43 genannt wurde und auf der PAK 40 Kanone basierte. Sie passte problemlos in den Panzer 4 Turm. Beim Panzer 3 endete dieser Versuch mit der Ausführung K ohne Erfolg. Das schwächere Fahrwerk war mit dem größeren Turm des Panzer 4 und der starken Kanone überlastet. Das Fahrwerk müsste komplett überarbeitet werden, was ein sehr großer Aufwand wäre. Das Ende des Panzerkampfwagen 3 rückte näher. Der Panzerkampfwagen 4 bekam die lange 7,5 cm und die Bezeichnung Ausführung F2. Der erste wurde im März 1942 ausgeliefert. Doch diese Bezeichnung wurde schon bald am 5. Juni in Ausführung G geändert. Im November 1942 hat der monatliche Ausstoß der Ausführung G die Zahl 100 überschritten. Im März 1943 die 200. Während der Herstellung wurde der Panzer ständig weiter verbessert. Neben den vielen konstruktiven Verbesserungen bekam die Maschine um 30 mm dicke Zusatzpanzerplatten an der Panzerwanne und dem Aufbau. Doch der Turm blieb bei der 50 mm Panzerungsdicke, da das Fahrwerk auch schon langsam an die Grenzen der Belastung kam. Die hohe Herstellgeschwindigkeit führte zu 1927 gebauten Panzerkampfwagen 4 der Ausführung G innerhalb von etwas mehr als 12 Monaten. Doch zur gleichen Zeit wurde bereits die 9. Serie des Begleitwagen geplant, die später Panzerkampfwagen 4 Ausführung H genannt wurde. Hier versuchte Krupp einen anderen Turm durchzusetzen, der für den Begleitwagen 40 entwickelt wurde. Dieser Turm war vorne etwas schmaler und hatte statt dem elektrischen einen hydraulischen Antrieb. Dieser Turm wurde nicht angenommen. Ebenfalls gab es ein Projekt mit angeschrägten oberen Frontplatte und den Seitenplatten. Doch dies führte zum Gewichtsanstieg bis auf 28,2 Tonnen. Das bedeutete wieder Fahrwerksüberlastung und musste verworfen werden. Der auf gleichem Fahrwerk basierende Jagdpanzer 4 von Alcat, der Panzer 470A genannt wurde, zeigte ansehnlich, wozu eine solche Fahrwerksüberlastung führen kann. Denn er wog ebenfalls 28 Tonnen. Er war alles andere als mobil und Fahrwerksdefekte waren an der Tagesordnung. Die 9. Serie des Begleitwagen war eine direkte Weiterentwicklung des Panzerkampfwagen 4 Ausführung G. Es gab keine gravierenden Veränderungen der Konstruktion, um die Produktionszahlen nicht zu reduzieren. Im Februar 1943 wurde beschlossen, die Frontpanzerung der Wanne aus einer kompletten 80 mm dicken Platte anzufertigen, statt 50 mm Platte mit 30 mm Schottung zu verstärken. Doch zuerst mussten die bereits vorbereiteten Wannen verbaut werden, also konnte die Fertigung nicht sofort umgestellt werden. Im März 1943 wurde entschieden, die seitlichen Seeschlitze für den Fahrer und Funker zu entfernen. Da die Maschinen ab diesem Monat seitliche Schürzen bekamen, die ja nicht durchsichtig waren, waren die Sehvorrichtungen nutzlos. Dicke des Turmdachs wurde auf 16 bis 20 mm erhöht, was ein Tribut an die sowjetischen Sturmerwicks Il-2 war, die zu der Zeit der deutschen Panzerwaffe einen ernsthaften Schaden zugefügt haben. Die Getriebeübersetzung musste neu eingestellt werden, wegen der auf 25 Tonnen gewachsenen Masse. Die Höchstgeschwindigkeit betrug nun nur noch 38 kmh. Die Ummantelung der Seiten vor Gelege war zu schwach und wurde häufig von sowjetischen Panzerbüchsen PTRD und PTRS durchschlagen und musste daher verstärkt werden. Die Konstruktion der Antriebsräder wurde letztendlich auch verstärkt, um der hohen Masse standzuhalten. Die 9. Serie sollte von drei Werken gebaut werden. Grusenwerk bekam den Auftrag, 500 Panzer zu bauen. 450 Maschinen sollten bei Womag produziert werden. Die verbliebenen 400 Einheiten sollte das Nibelungenwerk bauen. Die ersten Begleitwagen der 9. Serie, auch Panzerkampfwagen 4 Ausführung H genannt, wurden im Mai 1943 geliefert. Sie waren praktisch gleich zu den Ausführungen G, bis auf das dickere Turmdach und das verstärkte Getriebe. Doch die ersten 30 von Womag produzierten Panzer hatten sogar noch das alte Getriebe. Auch die anderen Bauteile der alten Serie mussten natürlich erst verbaut werden, bevor es mit den neuen Verbesserten weitergeht. Das wirkte sich noch mehrere Monate aus. Ab Juni bekamen die Panzerkampfwagen 4 Ausführung H die verstärkten Frontplatten für die Wanne und den Aufbau. Trotzdem wurden dazwischen immer wieder bis zum August noch Panzer gebaut mit den schwächeren Platten und den angeschraubten Zusatzplatten. Dabei konnte die Wannenplatte bereits die verstärkte sein und die Aufbauplatte noch die schwächere mit der Zusatzplatte. Und umgekehrt. Eine ähnliche Situation gab es mit den vorher erwähnten seitlichen Sichtgeräten. Mal wurden sie vorgesehen, mal nicht. Endgültig verschwanden sie erst im September 1943. Das gleiche galt auch für die Pistolenports in den Turmseiten, die im August 1943 gestrichen wurden. Langsam änderte die Ausführung G ihr Aussehen. Ab Juni 1943 wurde die Nebelwurfanlage nicht mehr angebracht. Zeitgleich wurden C-Hacken eingeführt, die das Bergen liegen gebliebener Maschinen erleichtern sollten. Diese wurden zu je zwei Stück beim linken Scheinwerfer mitgeführt. Aus Spargründen wurde der rechte Scheinwerfer im Juni liquidiert. Einer musste reichen. Ab September wurden aus Kostengründen gegossene Federwegbegrenzer gegen Geschweißte ausgetauscht. Ab September wurden auch die meist umstrittenen Neuerungen eingeführt. Die sechste Abteilung des Waffenprüfamtes ordnete die Erschaffung einer Oberflächenbeschichtung an, die das Anbringen von Magnetminen verhindern sollte. Diese Maßnahme trug einen präventiven Charakter, da die Magnetminen von den Deutschen selbst eingesetzt wurden. Die Ausschreibung gewann die Firma Chemische Werke Zimmer & Co., weswegen die Beschichtung Zimmerit genannt wurde. Sie wurde in zwei Schichten angebracht, eine Basisschicht und eine äußere Schicht, so dass die Oberfläche uneben war, um die Kontaktfläche mit der Mine zu minimieren. Das Zimmerit wurde in zwei Panzerdivisionen erprobt. Die Idee, Zimmerit direkt von der Truppe anbringen zu lassen, stieß auf wenig Begeisterung und wurde als nicht machbar eingestuft. Eventuell fanden die Soldaten dieses Unterfangen selbst als sinnlos und stellten sich mit zwei linken Händen hin. Offiziell hieß es, fachgerechtes Anbringen ist nur in der Fabrik möglich. Daher musste es in den Fabriken gemacht werden. Um den Einsatz des Zimmerit noch etwas sinnloser zu machen, brachte man ihn auch an den Seitenschottungen an. Ein Soldat, der eine Magnetmine am Panzer befestigen wird, wird es kaum auf die Schottung tun, sondern eher auf die dahinterliegende Panzerung oder auf die innere Seite der Schottung. Dazu funktioniert eine Schottung auch als Schutz gegen Springladungen an sich. Die Zimmerit-Schicht tat dem ohnehin schon schwer leidenden Pfarrwerk nicht gut und wurde daher kurze Zeit später an den Schottungen wieder gestrichen. In den Fabriken wurde das Zimmerit in der ersten Zeit auch je nach Lust und Laune angebracht, bis eine Anweisung in Form einer Zeichnung dazu erstellt wurde. Im Oktober hat man weitergemacht mit den Vereinfachungen. Kautschuk-Mangel führte zum Einsparen der Gummibauteile überall wo es ging. Die Stützrollen verloren ihre Gummibandagen. Es wurden auch einfachere gegossene Spannrollen eingeführt. Doch bis zum Produktionsende wurden beide Typen verbaut. Da die Seitenschottplatten in der Praxis oft am Boden hängen blieben, wurden sie gekürzt. Die Produktion der neuen Serie lief mit hohem Tempo. Dabei war der Weltmeister im Panzerkampfwagen IV bauen, das Nibelungenwerk, das im Mai 1943 die 100er Marke geknackt hat und wurde so zum Hauptproduzenten dieser Maschine. Im Dezember betrug diese Zahl sogar 210 Panzer, was ein Rekord war. Das Werk hat im Jahre 1943 insgesamt 1381 Panzerkampfwagen IV produziert. Der Gesamtausstoß der Ausführung H übertraf 300 Einheiten im Monat ab Oktober. Insgesamt wurden von dem Panzer IV 2982 Stück im Jahre 1943 gebaut. Davon waren Ausführung H 2414 Stück. Nicht ein deutscher Panzer wurde bis dahin in solchen Mengen produziert. Da das Grusonwerk es nicht sehr eilig hatte, die bestellten Maschinen auszuliefern, wurden die Bestellmengen angepasst. Nicht einmal die bestellten 400 Stück wurden fertig gebaut. Womack und Nibelungenwerk bekamen Nachträge zu ihren Bestellungen. Grusonwerk produzierte 391 Panzerkampfwagen IV Ausführung H. Danach wurde die Fertigung auf Stück 4 umgestellt. Im Gegensatz dazu hatte Womack alle bestellten Einheiten produziert und bekam einen Nachtrag zur Bestellung über 450 Einheiten plus zusätzliche 500 Stück. Nibelungenwerk sollte 500 Maschinen liefern und bekam einen Nachtrag über 1500 Stück, die größte Bestellung überhaupt. Das Nibelungenwerk lieferte außerdem noch 90 Fertige Fahrwerke, die für Stück 4 und Sturmpanzer gedacht waren. Womack hat 693 Maschinen geliefert. Doch ab Februar 1944 baute Womack den Jagdpanzer IV. Im Februar 1944 wurden die zusätzlichen Luftfilter wegrationalisiert. Diese sahen wie zwei Zylinder an der rechten Seite aus. Sie wurden im Herbst 1943 eingeführt, doch fanden keinen Gefallen bei der Truppe. Oft wurden sie an der Front weggebaut und die Öffnung mit Stahlplatten verschlossen. Doch im Februar wartete schon die nächste Serie der Begleitwagen, um in der Produktion zu starten. Diese sollte der zahlreichste deutsche Panzer des Krieges werden. Der weiteren Rationalisierung wegen verlor die neue Serie den elektrischen Turmantrieb und den Hilfs-Zweizylinder-Zweitaktmotor von DKW. Dank dem musste man den Hauptmotor nicht starten, um das Bordnetz mit Strom zu versorgen. Man ließ der Maschine den Handantrieb für den Turm und verpasste ihm noch einen hydraulischen Antrieb. Es wurde angenommen, dass für geringe Drehwinkel das wohl ausreichen würde. Für große Drehwinkel könnte man ja die ganze Maschine drehen. Außerdem geschieht das nicht allzu oft. Dass die Panzer manchmal auf geneigten Flächen stehen und es dann richtig schwer sein kann, den Turm wegen der langen Kanone zu drehen, wurde entweder nicht bedacht, ignoriert oder durch einen festen Glauben an die Stärke des Soldaten überwunden. Ein britischer Untersuchungsbericht enthält die Aussage, dass wenn der Panzer stärker geneigt ist als um 7,5 Grad, wird eine Turmdrehung per Handantrieb nicht möglich. Das war mit einer frühen Variante mit der kurzen Kanone. Bei den Varianten mit der langen Kanone dürfte der maximal erlaubte Neigungswinkel, um den Turm noch per Hand drehen zu können, noch geringer sein. In den frei gewordenen Raum parkte man einen zusätzlichen Tank für 210 Liter Treibstoff, den aber nicht alle Maschinen bekamen. Maschinen der 10. Serie, der Begleitwagen, bekamen die Bezeichnung Panzerkampfwagen 4, Ausführung J. Damit waren die Modifikationen erstmal abgeschlossen und es wurde die Herstellmenge gesteigert. Womag ging derweil langsam auf die Herstellung des Jagdpanzer 4 über und senkte den Ausstoß des Begleitwagen. Doch Nibelungenwerk steigerte den Ausstoß immer weiter und erreichte im Juni 1944 300 Panzer im Monat. Wegen der steigenden Produktionszahl mussten weitere Bestellungen an das Nibelungenwerk erfolgen. Eine für 1950 Stück und 1945 noch eine für weitere 415 Panzer. Parallel hat das Werk aber noch weitere 230 Fahrgestelle geliefert für andere Maschinen. Auch die Jagdjäger wurden hier gebaut. Im Jahr 1943 wurden die Verbesserungen des Panzerkampfwagen 4 abgeschlossen. Von nun an gab es nur noch Vereinfachungen. Am besten sieht man das an der Ausführung J. Im April 1944 wurden die Seestütze und Schießöffnungen an den Seitenlucken am Turm gestrichen. Im Mai wurde die Motorabdeckung vereinfacht. Ab Juni wurden die Fahrrollen etwas vereinfacht und am Turm kam eine Befestigung zum Einbau des 2 Tonnen Kranz. Gleichzeitig wurde noch ein zusätzlicher Treibstofftank verbaut, der aber nicht immer dicht war. Ab Juli wurde ein kleiner Hinterladermörser am Turmdach verbaut, für den die Lüftung überarbeitet werden musste. Die Herstellung lief vor dem Hintergrund der Bomberangriffe der alliierten Bomber. Daher gab es ein Durcheinander was die Varianten angeht. Es wurden Bauteile verwendet, die nicht beschädigt wurden und eingelagert waren. Ältere Baugruppen bei neueren Versionen verwendet und so weiter. Viele Modifikationen wurden auch deswegen nicht eingeführt, wie die S-förmigen Haken statt der C-förmigen. Man plante den Panzerkampfwagen 4 durch den Panzerkampfwagen 3-4 zu ersetzen, was auch nicht eingetreten ist. Ab August wurde das Auspuffsystem vereinfacht, in dem statt dem Endtopf 2 nach oben gerichtete Direktauspuffrohre die Gegend mit Abgas, Funken und Lärm füllten. Im November 1944 wurde eine neue Lucke eingeführt, die erst angehoben und dann zur Seite geschwenkt wurde. Häufig kam es zu Verletzungen des Kommandeurs durch die rau fliegende Garnatenhülse nach dem Abfeuern der Kanone. Daher wurde ein Hülsenfänger installiert. Die Produktionszahlen im Herbst 1944 sind vor allem wegen den Luftangriffen der Alliierten gesunken. Der monatliche Ausstoß des Nibelungenwerks in St. Valentin betrug zwischen 180 und 200 Stück und insgesamt waren es 2.815 Panzer in 1944. Das war um ein Drittel weniger als Panzerkampfwagen Panther, wobei dieser von drei Fabriken gleichzeitig produziert wurde. Im September wurde die Nutzlosigkeit des Zimerid auch dem letzten Optimisten klar und es ist weggefallen. Ab Oktober wurde die Dicke der Decke des Wannenaufbaus auf 16 mm erhöht, was gegen Schlachtflieger wie Il-2 helfen sollte. Die letzte Seelucke an der Turmfront wurde im November gestrichen, da die neue Kommandeurskuppel eine bessere Übersicht bieten sollte. Eine Heizung für die Batterien wurde eingeführt, um bei Kälte eine bessere Funktionalität zu erreichen. Die Ketten wurden etwas vereinfacht durch die Änderungen des Verbindungsbolzen. Im Dezember 1944 wurden die Schlepphacken vereinfacht und die Anzahl der Stützrollen auf drei je Seite reduziert. Besonders sollen die Seitenschottplatten erwähnt werden. Sie waren in der Ausführung sehr schwer und führten zu hoher Fahrwerksbelastung. Die Mobilität war ohnehin schon eingeschränkt. Forschungen zeigten, dass eine Gitterkonstruktion fast genauso effektiv sein kann wie eine 5 mm dicke Panzerplatte bei einem geringeren Gewicht. Doch diese Schottplatten wurden in der ersten Linie als Schutz gegen die sowjetischen Panzerbüchsen eingeführt. Der Schutz gegen die Hohlladungsgeschosse Bazookas ETC war nur ein positiver Nebeneffekt. Die Gitterschottungen fanden Verwendung ab September 1944 und später sogar noch etwas erweitert. Die Ausführung J des Panzerkampfwagen IV hatte bis Mai 1945 gebaut werden sollen. Danach sollte die Produktion im Nibelungenwerk auf die Ausführung F umgestellt werden sollen. Also wurde nur noch eine geringfügige Änderung durchgesetzt, als die Kühlluftkanäle für die Bremsen entfährt wurden. Doch die Pläne des deutschen Oberkommandos wurden nur zu oft von den Bomberangriffen der Alliierten gestört. Im Januar 1945 konnten noch 170 Panzer fertiggestellt werden, im Februar 160 und das war der letzte Monat der Großserienfertigung der Maschine. Am 14. Februar wurde als Valentinstagsgeschenk ein besonders starker Bomberangriff auf das Werk geflogen. Im März wurden noch 55 Panzer fertiggestellt und im April 50 Stück. Insgesamt hat das Nibelungenwerk einen Rekord aufgestellt. 3.240 produzierte Ausführung J und 260 Fahrgestelle für andere Maschinen. Insgesamt wurde diese Variante 3.420 mal gebaut. Es war ein Rekord für den deutschen Panzerbau, der jedoch bescheiden vor dem Hintergrund der Produktionszahlen der sowjetischen und amerikanischen Panzer aussah. Von den gebauten Panzern waren 17 Panzerbefehlswagen 4. 88 der zur Reparatur eingeschickten Panzer 4 wurden ebenfalls zu Panzerbefehlswagen umgebaut. Der Produktionsstart des Panzerkampfwagens 4 Ausführung H fand statt im Sommer 1943, das war die Zeit als deutsche Panzer den sowjetischen Maschinen deutlich überlegen wurden. Die Panzerkampfwagen 5 Panther waren damals noch etwas roh und konnten bei ihrem Erstauftrieb am Kurskabogen noch keine Hauptzugpferdchen der Wehrmacht werden. Diese Rolle trug also der Panzer 4. Das sieht man auch an den ständig wachsenden Produktionszahlen. Im 1943 wurden 2.982 Panzer 4 und 1.777 Panzer 5 Panther gebaut. Auch weiterhin im 1944 wurden 3.125 Panzerkampfwagen 4 und 3.783 Panzerkampfwagen 5 produziert. Dabei wurden die meisten Panzer 4 nur vom Nibelungenwerk gebaut, während Panther von 3 Fabriken gleichzeitig gebaut wurde. Da klar wurde, dass der Panther bald in Serie geht, wurde das Fahrwerk des Panzer 4 nicht mehr modernisiert. Es war jedoch ab der Ausführung H bereits am Ende der Tragfähigkeit angekommen. Weitere Verdickung der Panzerung und der Kanone war nicht mehr möglich. Doch der Panther stellte sich als zu groß und zu schwer aus und hatte kaum vorhandene Modernisierungsressourcen in puncto Schutz und Bewaffnung. Hier hätte ein verbessertes Fahrwerk des günstig zu produzierenden Panzerkampfwagen 4 nochmal einen qualitativen Schub der deutschen Panzerwaffe bringen können. Der Zuwachs an Maße schlug sich negativ auf die Beweglichkeit nieder. Zeitgleich kam ein neues Problem auf, die schlechte Übersicht aus dem Panzer, durch die Einführung der Schottplatten und den Wegfall von Seeschlitzen. Nur noch der Panzerkommandant hatte eine gute Aussicht aus dem Panzer, während der Fahrer, Funker, Richt- und Ladeschütze nur noch nach vorne aus dem Panzer sehen konnten. Die Maschine hatte keine periskopischen Sichtgeräte, was bedeutet, dass die Besatzung nichts zu den Seiten sah und sich komplett auf die Augen des Kommandeurs verlassen musste. Ein weiteres wesentliches Problem war die 50 mm schwache Turmpanzerung, die sich nicht verstärken ließ. Noch mehr Gewicht konnte das Fahrwerk einfach nicht vertragen. Trotz all diesen Nachteilen war der Panzerkampfwagen 4 immer noch ein gefährlicher Gegner und konnte jeden gegnerischen Panzer 1943 auf dem Schlachtfeld erfolgreich bekämpfen. Nur gegen Ende 1943 hat die Sowjetunion den schweren Panzer Is in den Dienst gestellt, der durch seine 120 mm Front eine schwere Nuss darstellte, die der Panzer IV nur aus der nächsten Nähe knacken konnte. Ab März 1944 begann die Herstellung von T-34-85, deren Turmpanzerung verstärkt wurde und die Bewaffnung die Waage wieder zugunsten der sowjetischen Maschinen neigte. In den USA wurde ab Februar 1944 der Sherman-Panzer M4A1-76W hergestellt, der mit der langläufigen 76 mm Kanone bestückt war. So bekamen die sowjetischen und amerikanischen Panzertruppen gegen Sommer 1944 eine große Zahl verbesserter mittlerer und schwerer Panzer, die in hohen Stückzahlen gebaut wurden. Außerdem war in den neuen Maschinen auch die Aussicht aus dem Panzer besser als bei dem Panzerkampfwagen IV. Die mehrfachen Versuche die Bewaffnung des Vierer zu verbessern durch den Einbau der 70 Kaliber langen Kanone änderten ergebnislos. Im Gegensatz zum Panther war der Panzerkampfwagen IV eine zuverlässige und einfach zu handhabende Maschine. Er war sogar zuverlässiger als der Panzerkampfwagen III. Das ist besonders gut daran zu sehen, dass sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den Armeen und Kriegen von anderen Ländern verwendet wurden. Sie wurden noch ganze Jahrzehnte weiter eingesetzt. Das zeugt von einer sehr gelungenen Konstruktion, die durch Krupp entwickelt wurde. Obwohl für gewöhnlich die Tiger und Panther als die besten deutschen Panzer des Krieges bezeichnet werden, wäre es gerechterweise eigentlich der Panzerkampfwagen IV, der einzige deutsche Panzer, der von Anfang und bis Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Die Konstruktion der Maschine besaß ein hohes Modernisierungspotenzial. Sie wurde die zahlreichste und gelungenste Kampfmaschine der Deutschen aus der Sicht der Einfachheit, des Betriebs und des Kampfwerts und hatte eine lange Nachkriegskarriere. Zum Glück für die Gegner von Hitler-Deutschland hatte die Wehrmachtsführung nicht verstanden, dass ein optimaler mittlerer Panzer eine Masse zwischen 25 und 30 Tonnen haben sollte. Sie hatten die Chance einen würdigen Nachfolger zu erschaffen, doch diese wurde nicht genutzt. Das war es mit dem fünften Teil der Entwicklungsgeschichte des Begleitwagens, auch bekannt als Panzerkampfwagen IV. Da ich nach fünf Videos so ziemlich die Schnauze voll habe von diesem Panzer, möchte eigentlich nicht mehr über ihn berichten. Jedoch merke ich ein anhaltendes Interesse von eurer Seite. Es gibt auch noch ziemlich viel Material zu dieser Maschine, von Auswertungen durch die Alliierten über Beschusstests bis zu Gefechtsberichten. Von daher, falls ihr ein weiteres Video zum Panzer IV haben wollt, bitte dieses Video überall verteilen. In den Foren, Facebook-Gruppen, Twitter, Nachbarn, Altersheimen und so weiter. Wenn es die Grenze von 1500 Daumen hoch übersteigt, werde ich an einer Fortsetzung arbeiten. Die Grenze ist so hoch, da ich für das nächste Video viel mehr Aufwand habe. Ich muss mehr recherchieren, Informationen abgleichen, Quellen überprüfen, das mit viel Zeitaufwand verbunden ist. Für zusätzliche Unterstützung von euch bin ich besonders dankbar. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.